so nehme ich packe ich mal lieber die axt raus aus der hand ist ja was letztes passiert ist und geradeaus da wo mein finger hin zeigt ja schön und wir kehren zurück auf die malediven willkommen zurück auf den malediven wie geht es ihn mir geht es gut ihnen hoffentlich auch es ist ein holpriger ritt gewesen darf bestellen die ihr schiff schon in fahrtrichtung bereit ok lassen wir es mal so treiben das geht schon und dann rennen wir gleich mal drauf los wir haben ja noch zwei schnitzel und ich glaube wir sind wir haben letztes mal wir haben letztes mal versucht da hochzukommen nein da stand man schafft wir haben letztes mal versucht da hoch zu kommen und haben es nicht geschafft ja super du hast es mal wieder geschafft ich will da immer noch hoch stellt euch vor los bäume wieso es wird ja immer geiler hier ja wenigstens experience so so wir springen ich will nicht springen das ist mit hoch ich habe gedacht das werde schlucht jetzt bin ich traurig komm schon ich will jetzt los ist ein lauversee aber die wüste ist auch riesig was ist glaube ich nicht mehr die von da hinten aber es gibt schon geile orte hier georonimo mit einer feuchten arschbombe geil geil ins kalte nass geil ja ja dieses land hat noch potenzial hier kann man noch geile sachen in bonn es regt mich immer noch auf dass wir immer noch keine wirken buchen wie auch immer gewonnen haben man ich weiß nicht gerade auf die zähne weil ich es echt scheiße sind von diesem mit generator oder dinge bums aua nein aua jetzt aua hoffentlich finden wir wieder zurück ist gerade eine meiner kleinen sorgen ja doch finden wir man dann schnitzeln wir zurück alles anders das war schnitzeln können sind hier sammeln Sepplings! Eh, nein! Seeds heißt das ja hier! Hau ab! Ah, komm schon! Und nein, ich habe für dieses Texture Pack nicht den MC Patcher, ich habe Optifine. Ist sehr empfehlenswert. Jojo... Ihr habt mir immer noch keine Kommentare zu diesem, äh, zu mir geschrieben, beziehungsweise Nachrichten geschickt, was auch immer, was ich denn let's playen soll, ich weiß es nicht und Leech of Legends oder so werde ich nicht machen. Hat mir einer vorgeschlagen, nein, das Spiel ist mir definitiv ein bisschen zu... Ich mag mehr Rollenspiele, sagen wir es so. WoW ist ein... eine... Option, genau. Wäre eine Option. Ich kann's mir aber im Moment noch nicht leisten, was auch geil wäre, wäre Risen 2. Da ich aber es so machen möchte, dass ihr die Vorgeschichte kennt, was wahrscheinlich einige sowieso schon tun... Ich hab's schon gezockt, glaub ich... Ja, ja, hab ich... Glaub ich... Was ich glaube, ja... Nee... Ich hab's schon gezockt... Noch nicht ganz durch... Aber ich würde neu anfangen, für euch... Und würde auch jetzt mal was trinken, während wir auf unsere Küste zufahren. Und dann, wenn dieses Let's Play vorbei ist, beziehungsweise wenn ich darauf keinen Bock mehr habe, dann werde ich es so machen, dass ich mir Risen 2 besorge... Perfekt. Das ich Risen 2 besorge... Und... Nein! Und dann auch irgendwann... Let's play. So und ans Ende der Schlange. Mal gucken, ob es bleibt. Ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal pennen. Gute Nacht. Guten Morgen, guten Morgen. Und weiter geht's. Und wir werden gucken, ob das Feld sich bewässert. Wir werden jetzt so lange darauf planen, bis es sich bewässert. Los, bewässer dich. Los. War das eine Nebenwirkung oder war das... Oh, die ist kaputt. 3, 4, 4, 4, 4, 4. Wüsste ich jetzt eigentlich funktionieren. Los. Komm schon. Das ist echt scheiße. Und das ist echt geil. Aber das ist scheiße. Mann. So ein Schandfleck hier. Komm schon. Jetzt endlich, Mann. Ist ein bisschen langweilig gerade, gell? Nein. 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 Komm schon. Ich verzweifle hier. egal aber ich werde dann jetzt trotzdem mal den keller erweitern mit der spitzhacke die wir nicht haben los lauf johnny gut und weiter geht's mit der spitzhacke die wir jetzt schon haben ja ja schöne sache okay an dieser stelle wenn ein kai zuguckt hallo kai wie geht's ja ja und eine weitere kiste dann hätten wir unten schon mal ein kleines lager ja gut und weiter im takt es gefällt mir immer noch nicht an stimmt hier wollten wir birke reinziehen buche wie auch immer so dann packen wir das mal da rein da rein und ihr bist noch da rein und ich bin immer noch gespannt wann das deckige update kommen wird also das lang ersehnte minecraft update ich habe keine ahnung wird sich bestimmt noch ein bisschen ziehen ok weil ich habe das schon mal in meiner singleplayer welt gemacht es schaut gar nicht so schlecht aus mit ziegelsteinen ok ok Okay, dann gehen wir wieder aufs Dach. Und bauen an dieser Seite weiter. Juhu, es freut uns alle. Babababababa. Haa. Haa. Damit wir dieses Ziegelding los sind. Gut, das hier ist zugegebenerweise noch ein bisschen hässlich. Deswegen werde ich mir jetzt fix eine, wer es nicht verstanden hat, fix, gut, jetzt ist es auch wieder weg, eine neue Schaufel machen, vielleicht auch zwei. Und werde hiermit den Krieg beginnen lassen tun sollen. Und wir gehen auf eine Mission ins Wasser. Um das langersehnte Erz abzubauen. Ja, so war es. Und so ist es. Und so wird es immer so. Das war gerade die Bayern-Hymne, gell? Bzw. die Hymne. Naja, ich weiß nicht, ob das die Hymne ist. Ah, das war ein Bayern-Lied. Bayern-Lied und sicherlich. So, lalalala. Lalalalala. Lalalalala. Linn, du bist so wundervoll, wundervoll, wundervoll. Das geht mir doch viel zu schnell, viel zu schneiden. ... O Voice... Luft.. ...ja... Pfuh.... das geht ja recht schnell mit dem leben wie viel geht noch da geht noch was mr klingelt gerade das telefon und ich kann nicht rangehen verdammt da unterbrechen mal ganz kurz die aufnahme und wir sehen uns gleich wieder an der gleichen stelle bis gleich